recht herzlich willkommen zur 72 folge vom corbel space programm ja ich habe geupdatet wir haben hier 1.1.3 1289 oder sowas und ja wir sind auf dem besten weg um unsere rescue aktion hier zu machen dann gehen wir mal rein und hat er mir dann noch geschrieben was ich machen muss und hat er sich dann vertan weil er nicht gesehen hatte dass ich auf der anderen seite 700 meter von martha entfernt bin gut dann gehen wir mal in die karte rein martha hier 700 meter nur 0,7 kilometer wunderbar da gehen wir dann dahin kurz davor soll ich hier machen dass wir da gerade hinkommen ja sieht schick aus hat sich alles ein bisschen verändert dadurch durch das update ist viel schicker geworden ich hoffe ich kriege das alle so hin jetzt habe ich hier meine anzeigen gar nicht aber ist jetzt auch nicht wild irgendwas ist da dann mit dem update nicht geklappt oder was muss ich mal gucken gott wir gehen rein gucken dass wir martha sehen martha verschwand auch schon da ganz schnell gerade da unten ist martha und da müssen wir uns dahin bewegen 689,7 sonst was warum stehe ich ich stehe falsch rum also ich werde das mal versuchen dann hinzukriegen da die dame nach da noch ein bisschen abdriftet machen wir mal gerade ein bisschen power in die richtung und dann natürlich daraufhin zu warte mal ich würde das ganz gerne so haben dass wenn ich mich drehe das ist dann horizontal ist genau so kommt das fast ein bisschen so wenn ich jetzt ja das ist schon fast horizontal so da ist martha da unten dann müssen wir mal nach martha hin okay ist die geschwindigkeit wie wir uns anlehren kommen ziemlich schnell nach martha ich denke wir korrigieren das ganze noch wo ist das schwierig jetzt gerade so so und und martha mal ein bisschen höher war da kommt auch schon näher da geht es lang wunderbar wir sind mehr noch da und wir haben uns dem ziel 6,2 sekunden äh meter die sekunde da machen wir mal nicht so schnell sind wir gleich so kurz dran vorbei das ist auch nicht gut ne so dann ein bisschen weiter hoch ja ja wir müssen einen kleinen tako nach da noch steuern und wir da nicht vorbei segeln 300 meter alles gut ich glaube wir nähern uns doch mal ein bisschen schneller sonst dauert das doch ewig bis die 200 meter weg sind so was das ist ja doch schon da 6,7 meter ist doch schon was aber kriegen wir gleich hin ein bisschen verringern wir die geschwindigkeit sonst ist sie gleich an uns vorbei ne so sieht doch ganz gut aus mal ein bisschen hoch und dann noch da das wird soweit klappt so noch mal da hin und dann gehen wir noch ein bisschen schneller da dran 2,2 2,2 da kommen martha immer näher wird schon größer ne warte mal ich glaube so ein klein bisschen nach oben ist nicht verkehrt 35 meter 27 19 bisschen tiefer da ist die kapsel müssen wir nur gucken nicht dran dann machen wir aber gerade ne oder ne sie ist vor uns schon ne oder ja sie ist schon vor uns das war ganz falsch gerade die falsche taste erwischt jetzt mal schnell rum das war nicht gut was da gerade passiert ist das war nicht gut martha verschwindet jetzt fürchterlich schnell jetzt kann ich sie noch nicht mal sehen ne da ist sie gut wir klappen kriegen wir aber wieder hin so okay so jetzt noch mal ein bisschen schub wird jetzt mehr komischer mal n 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 Okay, ein bisschen runter. Einmal noch näher. 180 Grad Drehung. Jetzt wird's kürzer, ja. So. Ein bisschen nach links. Ne, das ist es nicht mehr. Es muss irgendwo anders lang gehen jetzt. So, 0,1 Meter. Das ist 0,2. Das bedeutet, wir müssen wieder rumgedreht. Kriegen. Ich glaube, es hat jetzt nichts gebracht. So, das SZ geht auf Marta, meinte der Dralo. Ist aber nicht so. Habe ich mir schon gedacht, ne. Aber... Ja, das kriege ich irgendwie jetzt nicht hin. So, das ist Target. No Target. Ne. No Target. So, jetzt habe ich das nicht. So, jetzt habe ich das... Ne, ich guck... Ein Rechtsklick funktioniert nicht. Ein Rechtsklick funktioniert nicht, oder? Wie sehe ich das? Da geht's. Geht das da nicht da auch? Ne, geht wohl da nicht. Okay, da müssen wir gerade noch... wieder korrigieren. Wir müssen auch noch ein bisschen tiefer. So. Oh, das war jetzt zu viel. Das war jetzt zu viel des Guten. So. Hm. Gut. Dann geht das halt nur über den anderen Weg. Geht's hier rüber? Kann auch noch so einer. Nein. Halt manöver nicht. Ich kann nicht weiter wandern, ne. Nein, leider nicht. Okay, dann ist egal. Dann... Ah. Jetzt geht's. Da ist er. Und da muss er hin, ne. Gut. So, Marta schwebt jetzt. Jetzt muss ich... das Ding ins Anmachen. Wo ist meine Kapsel? Da. Da muss Marta jetzt hin. Ich glaube, wir müssen ein bisschen höher, oder? Ist doch schwer zu sehen da oben, ne? Aber ich glaube, das klappt schon. Da oben ist die Kapsel. Ich glaube, das ist das Triebwerk auf der Seite. So, Marta. So, Marta. Gucken wir mal zu. Was soll ich da hinkriegen, ne? Ich glaube, du bist ziemlich nah dran, ja jetzt. Ich sehe leider nicht, ob da der Einstieg ist. Und dieses Mal hat er dagegen geflogen. Und der Einstieg muss auf der anderen Seite sein. Schade. Warte, wenn da das Thermometer ist, dann ist das doch die Tür, oder? Oh, es ist schade, dass es hier jetzt dunkel geworden ist. Ich bin einstieg. Ich bin einstieg. Ich bin einstieg. So, komm schon, da muss ich sein. Komm, warte, packt er jetzt an. Wir sind noch zu weit weg. Komm. 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 Hey, können Sie mich sehen, ob da die Tür ist? Das ist ja richtig doof jetzt hier, ne? Oh-oh. Konzentrieren müssen wir uns da jetzt. Ich sehe nichts, ich habe fast die Vermotung, es muss dahinter sein. Und man kann es nicht sehen, ne? Jetzt müssen wir zurück. Na, das hat jetzt gut geklappt, jetzt habe ich's klopfen. Halt, nicht wegfliegen. Oh-oh. Das sieht jetzt gerade schlecht aus, ne? So, jetzt kommen wir wieder näher. Oh-oh. Warum die sich jetzt gerade aber nicht gedreht hat, das weiß ich nicht. Oh-oh. 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 Oh, das wird schwierig, aber ich glaube, das kriegen wir schon noch hin. Und erstmal höher wieder. 18 Meter So näher ran Ja, es ist hochkonzentriert, die Geschichte Und dann will man hoffen, dass man da irgendwie hinkommt Und ich sehe die Leiter nicht, das ist das größte Problem, was ich habe zur Zeit So Ein bisschen näher ran Da ist die Leiter Gut, dann sind wir hier an der richtigen Stelle Grab, wunderbar Und boah, drin ist er Gut, wunderbar, das hat geklappt Schön Gut, dann ist unser nächstes Ziel jetzt sicher zu landen Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Bis dann Tschüss Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020